. . . . . . 3, 2, 1, 2. Herzlich Willkommen! Sein Name ist Mike Fetsche, für die Leute, die mich noch nicht gesehen haben. Wir haben heute die Mega-Stars mit euch am Start. Janett Biedemann! 10.000 Euro könnt ihr jetzt jeweils mit nach Hause nehmen, ihr müsst nur eins tun, euch den goldenen Schuss schießen, aber nicht euch persönlich, sondern hier uns, den Stadion, den Zuschauern und vor allem diesem Tor, was da gerade freisteht. Im Falle eines Brandes, eines kleinen Feuerchens oder sonstiges, bleibt die Mitte bitte sitzen. Wenn Sie jungen Frauen mit den jungen Herren die Klamotten vielleicht tauschen würden? Ne, Plätze nicht. Sie verzeihen, aber ich darf mal sagen, das ist eine sehr schöne, dreckige Lage. Das macht ihr am besten so lange, bis die Feuerwehr kommt und den Grüße mit einem riesen Applaus. Dankeschön. Hallo, liebe Tele5 Zuschauer. Möchten Sie den Tele5 Extra-Preis gewinnen? Der besteht aus einem Paket und zwar der Sony Playstation 2. Ein Traumziel für den kommenden Frühling ist Budapest. Ja, und auch bei uns kommt zumindest für einen Tag der Frühling zu Besuch etwas wolkiger bleibt es vor allem im Osten und im Süden. An den Schleifen können nachmittags auch ein paar Tropfen fallen. Ich sage nur, schauen wir mal. Ihnen noch einen schönen Abend. Ich befinde mich hier auf dem Gelände der ProSieben Sat.1 Media AG. Ja, Mike ist super. Mike ist super. Wenn er jetzt auch wüsste, wie ich heiße, finde ich einen Topf. Als er das erste Mal auf Sendung gegangen ist, habe ich seinen Namen falsch ausgesprochen. Ich habe gesagt, hier ist Martin Oppenhöfel und da kann man nicht raus. Matthias! Ich liebe dich jetzt auf đây. Vielen Dank.